hallo und herzlich willkommen zu let's play enigmates die seelen von maple creek ja beim letzten mal haben wir uns hier den standort sagt man schnell wie man zu den fällen kommt rausgesucht beziehungsweise mit dem münzfernrohr um den felsen zu finden und ja mal schauen wie es weitergeht wir haben beim letzten mal dann auch noch so ein reagenzglas hier bekommen und du das natürlich die frage was macht man geht man hin ich kann mir vorstellen was wir mit dem reagenzglas tun sollen ich weiß noch nicht wo wir mit dem inhalt den wir dann im reagenzglas haben wir dann hin sollen so jetzt haben wir säure das da kommen wir ja hier nicht weiter hier bringt uns das auch nicht weiter schade weißt du klar leider gerade echt nicht wohin wenn der hund nur brav für seine hütte sitzen würde ja dafür fehlt uns aber was hier fehlt uns aber auch was da kommen wir nicht mehr hin das ist die frage was können wir jetzt mit der säure machen ich meine hier ist jetzt auch nichts mehr hier auch nirgends gut hier kriegen wir halt nur wasser raus boah vermutlich noch eine seife um diese seife abzuwaschen abzuwaschen was für eine ironie nimm die säure okay in diese richtung sollen wir dann muss vielleicht klein doch mit dem auto kommt man hier dennoch nicht durch ja leider geht das höchst und zeit auch nicht na okay wir sollen aber trotzdem irgendwas hier hinten machen ich weiß nicht ob das gut oder schlecht ist okay hier nicht hmm 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 ich kann hier halt nichts machen okay okay wir sollen hier was machen hier geht's halt nur nach draußen ah hier die aufhängung ist von ross zerfressen die kann die glocke kaum noch tragen ja dann machen wir es doch so okay ja dann hatte ich hier tatsächlich was übersehen dann nehmen wir uns das einmal und hier können wir wimmeln sehr gut gut jetzt hatte ich ja eigentlich einen ganz guten lauf mal sehen ob das heute wieder der fall ist ähm kompass sagt griff das da ist die glocke dann sagt griff habe ich ja ähm besen sich so welche säule welche sanduhr säule ab besen säule 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 mhm okay rad und pilz rad pilz fehlt also weiterhin nur die säule ja aber ich meine die säule ist ja jetzt nicht gerade klein das war doch ein zylinder und keine säule hä das war doch ein zylinder okay wir haben auf jeden Fall jetzt einen kompass oh hello oh what the how did i get here and where's the preacher i i i been coming here everyday for years and he's always here i was home talking to my late wife's memory when the storm broke that's the last thing i can recall oh oh i feel so weak legs wobbling like a newborn calves like like something just drained the life from me but about that girl you're looking for i i saw her a few times with the boy from the farm west of my house watch them too right from my balcony okay hello fliege wie sie aber alle einfach nicht mehr wissen was vor sich ging wahrscheinlich nächtliche wanderung wohin her prediger ich vermute echt es ist der prediger und wenn alles droht es ja mittlerweile wirklich drauf hin auf dem stück papier stehen einige rum sie ähnen jenen die ich auf der zeichnung der glocke gefunden habe es könnte ein wichtiger code sein ich weiß es erst wenn ich den rest der seite finde seh da nicht ah das okay das passt da nicht mehr mit hin okay der hinweis tapfer zur folge ist die form der felsen natürlich im ursprungs es ist schwer zu glauben ja allerdings die 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 einmal mit. Dann benutzen wir das Ding einmal. Der Stiel, der Axt ist abgebrochen. Okay, das funktioniert so leider nicht. Schade. Oh. Hi. Can I interest you in something to eat? Polish sausage, perhaps? It tastes Polish. Who are you? Why did you leave me that message? I want to help you. But there's one condition. No questions. I see you've handled the bell nicely on your own. Now, my unsolicited advice is to stay focused on the church. Search it like you haven't got a prayer. Because, let's face it, you don't. Hurry. You can still save Kate. And by the way, you might find this handy. Uh. Eine weitere Kerze. Ja, sehr cool. Ja, das erste nehmen wir auch gleich mit. Das können wir dem Hund geben. Ja, ja, ich suche nach Kate. Okay, ansonsten kann ich hier nichts weitermachen. Erst einmal. Gut, wir haben die Kerzen. Und wir haben das Wurstel. Wir gehen erstmal zum Hund. Und geben dem Hund die Wurst. So. Wolt, sie ist beschäftigt und wir können zur Farm. Und einmal in die Scheune rein. Zwecklos. Die Kette ist kaputt. Schade. So hätten wir Hackfleischhacken Natsaka spielen können. Der angezogene Handbrombe bleibt der Traktor, wo er ist. Okay. Einmal. Ah. So kommen wir nach da oben. Hättet ihr nicht einfach die Leiter da oben dran packen können? Naja, okay. Wir können hier wieder wimmeln. Und zwar brauchen wir diesmal eine Spielzeugpistole, einen Staubsauger und ein Automotor. War das auch in einer Spielzeugsammlung alles zu finden? Da ist der Automotor. Staubsauger und Spielzeugpistole. Eine Spielzeugpistole. Oh, Katze. Ähm, Staubsauger. Wir brauchen einen Staubsauger. Ein Staubsauger. Den ich nicht finde. Doch da. Diese ganz alten Dinger noch. Metallsägel, Rollschuh und Sprühdose. Also solche Staubsauger kenne ich tatsächlich schon gar nicht mehr. Also, wobei, doch, ich glaube, meine Uroma hatte früher noch so ein Ding. Aber so wirklich kann ich mich, glaube ich, gar nicht mehr dran erinnern. So, jetzt brauchen wir noch die Sprühdose. Sprühdose. Das war eine normale Dose, aber okay. Keyboard. Bohrer und Papier. Ähm. Papier. Ich sehe viel, aber kein Papier. Wobei, Bohrer sehe ich auch nicht. Papier. Hm. Okay. Puppe, Gabel, Katze. Ah. Puppe. Gabel sehe ich auch nicht. Katze. Wobei, doch, die Heugabel. Wahrscheinlich, ja. So. Dann fehlt nur noch der Handbohr, also der Bohrer. Handbohrer vor allem. Der Bohrer und das Papier. Da ist der Bohrer. Und wo ist das Papier? Wie gesagt, das sind viele Papierartige Sachen. Oder ist es nur wieder irgendein Synonym? Dass man gar kein Papier sucht, sondern einfach sagt, das wäre Papier, dabei ist es kein Papier. Das Papier müsste man ja nun eigentlich wirklich sehen. Klar, das sollte man als Papier erkennen. Wie sollte man das denn bitte? Hm. Okay. Naja. Ja, das war ganz offensichtlich Papier und noch mehr Wimmelbildszenen. Äh, okay. Wäre jetzt die letzte erstmal. Nur mal ein Schild, Tennisstegger und Regenschirm. Also wie gesagt, wie man manche Sachen echt erkennen soll, das weiß ich mal der Heilige Geist. Also es gibt so, echt so Dinger, da fragst du dich so, hä? Bitte? So, Stück Leder, Nudelholz und Pferdchen. Pferdchen. Stück Leder. Nudelholz. Ja. Dem Eigentümer sollte man mit dem Nudelholz mal eins überziehen, bei der Unordnung hier. So, da ich aber gerade kein Nudelholz sehe, machen wir weiter. Toaster, Schere und Lineal. Toaster. Okay, Rose, das wollte ich noch gar nicht. Schwere. Ein Lineal. Ein Lineal. Wo ist hier ein Lineal? Okay, da nicht. Palme und Tuch. Tuch. Ah, Palme. Äh, ich dachte halt erst, das hier könnte ein Lineal sein, aber... Ne, hier ist das Lineal. Aber wir brauchen immer noch das Nudelholz. Da. Da hat es sich versteckt. Und jetzt haben wir ein Stück Leder. Im Wagenheber fehlt der Griff. Also, ich wollte ja eigentlich Feierabend machen, ne? Na egal, wir gucken uns die Garage noch einmal kurz an. Äh, kein Autoschuss. Da muss ich tatsächlich zum Autoslieb werden. Äh, so ist es möglich. Aber es fehlt sowieso einen Reifen. Wahrscheinlich müsste man dann hier die Radmutter abmontieren. Aber dafür haben wir noch nicht das passende Werkzeug. Gut, also würde ich erstmal sagen, ich verändere erstmal hier den Part. Ich will jetzt nämlich erstmal kurz Mittagessen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ich kam zu einem Kupik in search of a missing girl. Und ich habe bereits angefangen die Investigation. Wenn... Wenn was? Detektiv! Detektiv! Inside are the answers to the remaining Riddles. You've gone too far, Detektiv. You're leaving it. Outro Part 1 Untertitelung des ZDF, 2020